Die EU-Kommission will jetzt das Schnitzel verbieten, wegen der Panier, weil die Allergene enthält. Wollen wir uns das Schnitzel verbieten? Uns vorschreiben, was wir zu essen, was wir zu denken, wie wir zu sprechen haben. Und wenn ich das schon höre, wir sind das Volk, wir sind das Volk, da krieg ich die Kretze. Natürlich seid ihr das Volk, aber wir sind die Regierung und wir hätten auch lieber ein Volk, was nicht so brunstdumm ist. Yes, we can, 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 can! Vielleicht wird der Wandel verspricht, weil uns sonst zu langweilig ist. Aber warum muss sich dauernd etwas ändern? Es lebe die Langeweile! Ich finde Langeweile total aufregend. Aufregend? Langeweile? Ja, aufregend, total aufregend! !